Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem kleinen Updates Video, was ich mir für dieses Jahr als Start aufbewahrt habe, also für 2023. Und zwar wollte ich euch mal etwas, mal kleines Updates jetzt meine Rest der Decke sein, die ich ja letzte Woche angefangen habe und euch auch gezeigt habe. Die befindet sich nämlich mit der Fälle hier. Ja, ich musste mir eine größere Aufbewahrungsbox dafür holen, weil sie auch schon ein bisschen gewachsen ist. So sieht die momentan aus. Momentan habe ich hier dieses Blau, bin ich gerade dran. Ich habe auch schon das Tiefblau verarbeitet und man sieht ganz gut den kleinen großen Fortschritt. Ich habe da auch schon ein paar Farben als Kontrast oder als... Jetzt fällt mir gerade nicht das Wort ein, was ich eigentlich dafür eigentlich vorhatte zu verwenden. Doch als kleiner Obst ausreißen. Ich muss gleich noch mal schneiden, denn irgendwas hat die Aufnahmen halt stoppen lassen. Ja, so sieht es halt aus, kleiner Ausreißer schon drin mit rötlichen Farben. Sonst ist hier so mehr blau und vielleicht dunkellastig. Und ja, die kommt jetzt als nächstes dran. Diese Knäuel, das kam jetzt als letztes dazu. Aber wie ihr seht, sehr schön und war eigentlich mehr so der hellere, harte, dicke, schon mal leicht angefangen. Also ich bin ja mal gespannt, wie dieser am Ende fertig ist. Ich zeige euch auch... So, mal wieder reinpacken. So, dass mir gerade keine Masche flötet. Ich hoffe, das klappt jetzt so weit. Aber das mache ich gleich. Ich wollte euch jetzt mal... Ja, meine Reste zeigen. Wahrscheinlich habt ihr das Gefühl, dass es nicht wenig geht. Das Gefühl habe ich allerdings auch nicht nur ihr, sondern ich auch. Nicht vielleicht nur da drin, dass hier ein bisschen was reingewandert ist. Ein bisschen... Dann... Sophie... Jetzt ist grün... Nicht... Oder auch das hier... Dann ist hier das... Dunkelblau mit weiß reingewachsen. Die Beine... Die Beine... Ja... Ich habe noch einige Danfälle... Sozusagen... Sozusagen... Ein bisschen was da, die in der Decke von da... Wahrscheinlich... Entschuldigung... Ähm... Da ich ja weiß, dass solche Technofahre Fallfresser sind... Äh... Werd ich wahrscheinlich damit aber nicht auskommen. Obwohl das... Wer weiß, wie viel aussieht. Aber das kommt nach und nach... Auch in der Decke... Vier Grün... Und so weiter... Fortschritt der Decke habe ich euch gerade... Gezeigt... Und von da rein noch... Rein kommt... Drei, vier Grün... Das werde ich mit dem Song tun... Und für den Rest... Von da... So... Das war es jetzt... Erst einmal... Von mir... Den kleinen Updates... Zur Decke... Und... Wir hören und stören uns beim nächsten Mal...